Heute wird schöne Wetter ausgenutzt und diesmal heißt es Bikepark statt Zillo bzw. Stadt Meraluna. Die Leute aus unserer Generation wissen natürlich was das Zillo ist. Wir wünschen viel Spaß! Ich mache mal eine kleine Rundfahrt mit euch. Wir wünschen viel Spaß! Wir wünschen viel Spaß! Wir wünschen viel Spaß! So wenn man mal einmal live da war und sich die Sachen selber angeguckt hat. Das ist ja mal ein krasses Geschoss hier. Von da los, dann hoch auf das Holzelement und hinten wieder runter. Und dann in die nächste Bahn. Da seht ihr jetzt mal wie die springen! Irre! Das sieht so einfach aus! Also die Holzelemente machen schon echt Spaß! Das ist schon cool! Da liegen aber gerade ein paar Jacken rum. Wir befinden uns jetzt hier direkt auf dem Abschnitt. von der Bundesliga-Strecke. Und da gibt es einige Passagen für klasse Schikanen, Treppen, Steine, Steinfelsen. Und natürlich überall Corona-Hinweise. Und da gibt es noch ein paar Schritte. 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 Das war's für heute. 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 Die heben schon ganz gut ab. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.